Hallo meine Freunde und damit herzlich Willkommen zurück hier zu Hydronir. So, womit fange ich an? Fange ich tatsächlich mit diesen komischen Zäunen an, was? Ist glaube ich am einfachsten. Die will ich jetzt aber... Ja, komm. Jetzt bleibt er hier so liegen. Naja, gut. Mal sehen, ob ich das nochmal reproduzieren kann. Tatsächlich. Naja, so ist natürlich... Ja, das dachte ich mir schon. Jetzt geht es natürlich nicht mehr. So. Ah, okay. Hier der zweite, oder wie? Ich möchte natürlich so viel wie möglich auf die Palette kriegen. Schade, dass die so hochkant... Dass die nicht... Ja, liegend... Hingelegt werden. So, dann geht es weiter mit dem Abbauen der Zäune. Ich nehme erstmal die kleinen mit. Ich sollte die Palette mit runternehmen, was? Sonst dauert das hier so lang. So, beziehungsweise mit runter, hierher halt. So. Den da... Kann ich das auch so machen? Ja, das geht so auch. So, gelockert müsste ich eigentlich alles schon haben. Ah, ist noch drauf. Sehr gut. Ist nicht drauf. Gefällt mir nicht. Hä? Hä? Äh. Äh. Das hier ist kacke. Warum fällst du nicht in die andere Richtung? Hä? Fall doch einfach in die andere Richtung. Mann. Ja, so. Ist jetzt aber auch kacke. Ah, naja. So geht's. So, hier sind alle weg. Dann geht's hier weiter. Oh, die habe ich noch nicht losgemacht. Beziehungsweise das eine habe ich noch nicht losgemacht. Ja, egal. Ah, geht. Wunderbar. Natürlich so vollstopfen wie... Wie irgend möglich. Das ist nicht mehr drauf. Ist das noch drauf? Ja, ist glaube ich noch drauf. Okay, ich glaube, dann fahre ich mal die erste Lage weg. Bäh. Riesenrückler. So. Vollgetankt ist. Oh, Bäume haben jetzt doch ein Kollisionsmodell. War doch... War doch gar nicht so. Jetzt auf einmal kann man nicht mehr durch die Bäume durchfahren. Dank einem neuen Update. Aber mir ist lieber, ich kann nicht durch die Bäume durchfahren. Anstatt, dass mein Auto sich überschlägt, katapultiert und ich selber irgendwie durch die Map durchfalle. Durchfall. Durchfall geht so. Ähm, durch die Map hindurchfalle. Und dann unten in der Map da rumkraucheln. Wie schon mal geschehen. Also. Dann doch lieber so. Und, äh, L-Sono geht schon wieder unter. Uah. Mann, bremst doch. Also die Bremsen von der Karre sind echt kacke. So. Einmal Palette hier raus. Und das Zeug hierher gestapelt. So. Dann haben wir hier unseren... unseren Barrierehaufen, unseren Zaunhaufen. Und es wird schon wieder dunkel. Und ihr seht gleich wieder nichts. Obwohl ich Gamma ja schon ziemlich hoch geregelt habe. Aber das ist halt trotzdem noch sehr dunkel. Ja, und das ist halt hier mit dem OBS. Das ist halt echt praktisch. Weil im OBS ist das auch deutlich dunkler. Und da sehe ich dann, ob ihr gerade noch was sehen könnt oder schon nicht mehr. Das ist ganz gut. Dann weiß ich zum Beispiel in Spielen, wo es Dunkelheit und Licht gibt oder so, dass ich da dann irgendwie Taschenlampe anmachen sollte. Wenn ich natürlich dran denke. Dass es hier noch nicht immer vorkommt. So, da haben wir schon mal einen richtig schönen... Ähm. Ja. Zaun. Keine Ahnung. Hä? Zaunhaufen. Barrierenhaufen. So, jetzt muss ich nur wieder in die richtige Richtung rausfahren. Und zwar hier lang. Denn da drüben kommen wir zu einer anderen... Zu einem anderen Grundstück. Da habe ich mich... Vorhin schon verlaufen. Als ich dieses eine Zaunstück dahin gebracht habe. Wollte ich wieder zurückflitzen. Und habe mich da dann aber verlaufen. Und ich habe meinen Timer gar nicht gestartet. Sehe ich gerade. Naja, dann... Wird die Folge halt wieder ein bisschen länger. Ist ja auch nicht so schlimm. So. Ach ja. Ich freue mich schon auf meinen neuen Job. Den ich... Bäh. Ab dem 1. September... Ausüben darf. Aber komm, ich bleib hier stehen. In meiner alten Firma, wo ich schon früher war. Wo ich 5 Jahre gearbeitet habe. Bevor ich in die... jetzige Firma gewechselt habe. Denn... Ja, man kennt es ja. Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Und da war es dann halt einfach mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Und... Ja. Jetzt... Dank Wirtschaftskrise... Und Corona... Also nicht bei uns im Betrieb, aber... Schließungen in anderen Betrieben... Und Kurzarbeit in anderen Betrieben... Und so weiter... Ähm... Erschweren uns in der Firma, in der ich jetzt gerade noch bin... Ähm... Natürlich massiv... Ähm... Die ganze Sache... Naja, schmeiß doch hier hin. So. Denn wir sind da so eine Art Zulieferer... Und... Ähm... Ja... Und die eben keine... Huch... Wenn die eben keine Arbeit mehr haben... Dann brauchen die natürlich auch keine Teile. Äh? So. Und dann, äh... Braucht die Firma nichts produzieren... Und dann muss man eben... Massiv... Stellen streichen. Traurig... Aber ist nun mal so. So... Dass ich jetzt erst mal einen Jahresvertrag bekommen habe. Äh? Äh? Und dann in einem Jahr sieht man ja weiter... Da ist dann hoffentlich Corona... Und der ganze Quatsch vorbei... Und... Die Krise... So ein bisschen... Die Wirtschaft wieder einigermaßen... Nicht mehr so rumspinnen. Äh? 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 So ist das Problem... Ja... Ja... So... Ich geh schnell schlafen... Ja... Und, äh... Ja... Die Kollegen sind natürlich auch noch alle da... In der alten Firma... Die guten Kollegen... Mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Und... Das freut mich... Umso mehr... Dass ich da dann... Quasi... Mit meinen alten Kollegen wieder zusammenarbeiten kann. Und... Ich hoffe mal... Ich weiß noch alles. Ansonsten... Ja gut... Da sind ein paar neue Maschinen dazugekommen und so... Also... Da wird es dann... Schon noch... Neues... Ähm... Zu lernen geben. Aber so... Die meisten Sachen... Weiß ich noch... Äh... Ziemlich gut. Deswegen kann ich da dann... Auch gleich voll einsteigen. Also wie gesagt... Am 1. September 2020... Ich weiß ja nicht... Wann du dieses Video hier gerade guckst... Ähm... Darf ich dann wieder... In die alte Firma zurück. Moment mal... Folge... Was habe ich hier stehen? Folge 90... Kam am 2. 9. Laut meinem Plan... Das hier müsste sein... Folge 92... Waaah... Wenn mich nicht alles täuscht... Dann heißt das... Ich arbeite jetzt schon... Seit 3 Tagen... In der neuen Firma... Und ich muss euch sagen... Es ist geil... Es gefällt mir... Wunderbar... Ja... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Sehr gut werden wird... Das einzigste Manko ist... Äh... Das ich dann keine Schicht mehr habe... Sondern dann wieder ganz normal von 37 bis 16... 30... Arbeiten wird... Und... Ja... Dann ist halt... Ähm... Mit bei Nacht aufnehmen... Wenn alle im Bett sind... Ist dann schwierig... Weil ich dann selber auch im Bett sein muss... Weil ich dann... Jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen kann... Denn ich brauche morgens immer... Unfassbar lang... Ich bin absolut kein Morgenmensch... Gut... Ich bin... Ja... Ich bin jetzt kein Morgenmuffel oder so... Also... Ich brauche... Um anzufangen zu reden... Brauche ich vielleicht 10 Minuten... Dann geht es schon los... Dann ist die Klappe schon offen... Aber naja... So bin ich halt nun mal... Deswegen bin ich auch Let's Player geworden... Ähm... Weil ich einfach zu viel Redebedarf habe... So... Aber auf jeden Fall... Ähm... Bis ich dann halt... Richtig... Also... Allein morgens im Bad... Bis ich meine Kontaktlinsen drin habe... Meine... Schilddrüsentablette genommen habe... Ähm... Meine... Ähm... Meine Zähne geputzt habe... Bisschen Wasser ins Gesicht... Die Haare gemacht... Also das sind so Sachen... Ich... Ich würde mal sagen... Jeder normale Mensch würde dafür... Weiß ich nicht... Zehn Minuten brauchen... So... Ich brauche da aber allein schon morgens eine halbe Stunde... Meine Frau hat das auch schon... Ähm... Herausgefunden mal... Warum das so lang dauert... Und zwar bin ich einfach extrem langsam... Ich bewege mich wohl... Unfassbar langsam morgens... Also... So wie in Zeitlupe quasi... Fast schon... Ohne dass ich das wirklich mit Absicht mache... Aber irgendwie ist morgens... Ja... Weiß ich nicht... So Warmlaufphase bei mir... Weh... Oh klar... Ähm... Und da brauche ich dann einfach ewig... Bis ich da mal in die Puschen komme... Auch schon aus dem Bett raus... Äh... Da der Wecker klingelt... Und ja... Ich sitze dann auf den Rand vom Bett... Und sitze dann da erstmal... Und äh... Schlafe dann... Dreimal ein... Mach dann wieder auf... Im Sitzen wohl bemerkt... Ich schlafe... Ich kann im Sitzen schlafen... Da fallen mir dann die Augen zu... Und dann... Ja... Fange ich wieder an mit Schnarchen... Also... Ziemlich krank... Aha... Bohrer läuft nicht mehr... Weil hier ein Filter doppelt sprüht... 44... 81... 15... 51... Da hat doch aber... Noch einer gesprüht... Der hier hat doch auch gesprüht... Der kriegt jetzt schon gar nichts mehr... Weil der hier gar nicht mehr weitermacht... Oder wie... So... Aber jetzt... Läuft auch der hier nicht mehr... Und kriegt somit auch keinen Schaden... Von schlechtem Wasser... Genau... So die nicht... Wunderbar... Also dann kann man... Ich weiß nicht... Verliert der jetzt weiterhin... 14... Ich glaube der verliert weiterhin... Und dann geht wahrscheinlich der dann... Irgendwann kaputt... Keine Ahnung... So... Dann reparieren wir den mal... Und... Ja... Im Endeffekt ist egal... Komm... Dann reparieren wir den auch... Boah... Was das für ein Schlag tut... Oh... Moment... Jetzt ist nur noch ein Schlüssel drin... Na toll... Und weg... Eins... Zwei... Drei... Ich dachte man kann... Fünfmal reparieren... Ich habe doch schon repariert... Mit dem einen... Hm... Ach... Hat mal eben einen Schluck genommen... Ah ja... Da muss ich mal drauf achten... Wie viel Schlüssel da drin sind... Wenn wir das kaufen... Gold haben wir noch nicht so viel... Eisen haben wir schon recht viel... Kosten ja irgendwie... 220 oder so... So war das irgendwie... Diese Reparaturtaschen... Irgendwie so um den Dreh... Hoch... So... Steht gut... Also das hier... Lass ich so... Denn... Ich würde dann bis hier Bohrer hin machen... Da kann ich dann die hier auch raus klatschen... Also nicht bis hier... Aber... Ja... Wahrscheinlich... Wahrscheinlich schon so... In der Art... Ähm... Gut... Dann mal gucken... Die kann man so hinstellen... Gut... Muss ich da... Die Kleinen auch noch irgendwie dazwischen rein bekommen... Also ja... Wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall... Bin ich morgens... Einfach nur... Unfassbar langsam... So... Der hier tut noch... Ja... Der hat noch ein bisschen was drin... Und... Ja... Dadurch dass ich halt so... Unfassbar langsam bin... Brauch ich halt extrem lang morgens... Den lass ich mir einfach... Hier... Liegen... Und muss dann halt wirklich... Äh... Schauen... Weil ich... Ich brauche morgens unbedingt einen Kaffee bevor ich losgehe... Und... Äh... Ja... Ich habe da... Mein Darm recht gut... Ähm... Das sind jetzt Informationen... Die... Braucht ihr eigentlich nicht unbedingt... Aber... Finde ich gehört auch ein Stück weit dazu... Also ich habe meinen Darm ganz gut trainiert... Das heißt... Ich trinke morgens einen Kaffee und dann... Kann ich aufs Klo und dann ist der Tag... Ähm... Quasi... Toilettenfrei... Erstmal... In erster Linie... Was mir auch immer sehr wichtig ist... Denn... Unterwegs irgendwo... Ja... Das ist immer so... Das ist immer so eine Sache... Man kann ja auch nicht immer dann... Äh... Unbedingt gleich direkt aufs Klo oder... Oha... Äh... Da ist irgendwas komisch... Was ist mit dir? Warum bist du komisch? So... Ey... Ne... Hilfe... Was soll dat? Komm raus da! Gut... Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt brauche... Obwohl doch... Bestimmt... So... Bist du drauf? Jetzt ist er drauf... So... Ähm... Ja... Auf jeden Fall, wie gesagt... Ähm... Morgens mit Kaffee... Mit Kaffee... Klo... Ähm... 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 Und... All sowas... Sachen vorbereiten... Brauche ich morgens... Auf jeden Fall eine Stunde... Bis ich aus dem Haus in die Arbeit kann... Das heißt... Ich hab von hier aus... Hab ich ungefähr... Ja... sind... 13 Kilometer in die neue Arbeit... In die neue alte Arbeit... In die jetzige sind es 18... In die neue sind es dann... Wäh... 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 Und... Ja... Trotzdem... Muss ich eben halt wie gesagt... Eine Stunde vorher... Aufstehen... Das heißt... Wenn ich um 7.30 Uhr anfange... Dann fahre ich hier um 7 los... Dann habe ich noch ein bisschen Zeit nach oben... Äh... Luft nach oben... Falls irgendwas sein sollte... Stau oder sonst irgendwas... Ich bin ja... Wie gesagt... Ein... Vorbildlicher... Wäh... Arbeitnehmer... Ich weiß nicht wie ihr das handhabt... Ob ihr das ähnlich macht... Oder ob ihr sagt... Nö... Ist mir scheißegal... Ich komme kurz vor knapp... Aber ich mache es auf jeden Fall... Schon immer so... Seit ich denken kann... Seit ich arbeite... Dass ich mir... Immer... Auf jeden Fall... Soll ich die da dazu schmeißen? Ne... Dann mache ich hier einen extra Haufen... Ähm... Auf jeden Fall... Noch... Äh... Ein bisschen... Puffer... Ein... Leg... Wie gesagt... Für Stau oder... Sonstige... Eventualitäten... Heute ist zum Beispiel... Wo ich nach Hause gefahren bin... Vorher... Ähm... Nach der Spätschicht... Habe ich gesehen... Reserve leuchtet... Also heißt das... Morgen dann... Vor der Arbeit noch schnell... Zur Tankstelle... Und mal noch... Voll tanken... Und das ist dann quasi... Da muss ich dann halt auch wieder... Ich weiß nicht... Zehn Minuten... Früher gehen... Zehn Minuten... Äh... Viertelstunde... So in den Dreh... Und... Diese Zeit plane ich mir halt immer mit ein... Und... Dann ist halt... Ja... Um... Um... Um halb acht in der Arbeit zu sein... Heißt es dann halt um sechs aufstehen... Ist wahrscheinlich bei... Vielen... Von euch so... Ich weiß nicht... Ähm... Auf jeden Fall heißt das dann... Sechs Stunden Schlaf... Brauche ich normalerweise schon... Vielleicht wird das im Alter besser... Dass ich das dann weniger brauche... Ich habe keine Ahnung... Aber bisher... Komme ich mit sechs Stunden eigentlich immer ganz gut raus... Also ich bin dann nicht extrem müde... Es ist nämlich auch so... Bei mir ist es so ein Phänomen... Wenn ich zu viel schlafe... Also ich sag mal... Acht Stunden oder so... Je nachdem... Wie mich... Meine Zwerge ausschlafen lassen... Oder... Ich halt... Sonntags... Weiß weiß ich... Nichts... Keinen Termin habe... Und die Jungs kommen dann ins Bett... Und kuscheln noch ein bisschen... Oder weiß der Geier... Ähm... Und wir können auf jeden Fall ein bisschen länger dösen... Dann habe ich schon gemerkt... Wenn ich acht Stunden schlafe... Dann komme ich gar nicht raus... Dann... Boah... Dann geht es mir ganz furchtbar... Dann bin ich... Noch mehr im Eimer... Als wie wenn ich jetzt... Öffnet alles? Ja... Wunderbar... Als äh... Wenn ich jetzt... Haben wir eigentlich noch Geld? Alles zusammenkratzen... Brauchen wir ja hier nicht mehr... Nö... Haben wir kein Geld? Gut... Und auch keine Palette, ne? Ja... Ähm... Ja... Als äh... Wie wenn ich ähm... Wie gesagt... Die sechs Stunden schlafe... Wenn ich jetzt natürlich... Anstatt sechs Stunden... Was ich auch manchmal jetzt habe... Wenn ich mich hier beim Aufnehmen ein bisschen vertue... Und äh... Dann doch ein kleines bisschen zu viel aufnehmen... Weil ich nicht äh... Wegkomme... Weil ich mich fest gesuchtet habe... Dann ähm... Passiert es halt leider auch oft... Ja... Weißt du was? Die stapel ich so rein... Die brauche ich nicht da... Unbedingt... Einzeln... Ähm... Dass da dann halt nur noch viereinhalb Stunden werden... Oder so... Und... Das ist dann... Doch ein bisschen zu wenig... Da bin ich dann auch ziemlich im Eimer... Aber so sechs Stunden... Habe ich für mich rausgefunden... Ist... Meine optimale Schlafzeit... Da bin ich... Erholt... Ähm... Da kommt es dann natürlich immer drauf an... Wie ich dann meinen Tag verbringe... Nach sechs Stunden Schlaf... Ob ich dann ähm... Keine Ahnung... Acht Stunden voll hart arbeite... Dann bin ich äh... Abends ziemlich im Eimer... Oder aber ob ich jetzt ähm... Sechs Stunden halt... Ja... Wochenende oder Urlaub mäßig... So... Unterwegs bin... Dann äh... Muss ich nur schauen... Dass ich genug Kaffee bekomme... Aber dann bin ich abends jetzt nicht so groggy... Dass ich dann abends nicht noch... Äh... Ja... Nach hinten raus noch recht viel aufnehmen könnte... Aber wie gesagt... Ich hab da halt für mich meine sechs Stunden gefunden... Und die brauche ich halt schon... Und das heißt... Ich muss dann um... Zwölf ins Bett... Spätestens... Wenn ich um sechs wieder raus will... Soll... Muss... Kann... Ähm... Nehme ich die auch schon? Ja komm... Ich nehm die auch schon... Und ja... Bis um zwölf... Ähm... Es ist ja so... Ich nehm ja hier tatsächlich nur auf... Wenn wirklich alle im Bett sind... Das heißt... Frau im Bett und beide Jungs im Bett... Und... Und... Denn ich... Ich... Erstens will ich natürlich... Ähm... Nicht meine... Familienzeit... Opfern... Fürs... Ähm... Let's Playen... Beziehungsweise fürs Zocken... Dass ich jetzt sag... Nein... Ähm... Die Kinder sind mir völlig egal... Ich ähm... Sitze jetzt hier hin und spiele jetzt... Und... Die Kinder macht was ihr wollt... Nee... Also... Ähm... Da... Soll schon noch... Familienzeit sein... Ich die... Die... Bin ich schuldig... Nicht nur mir... Sondern auch eben meiner Familie... Das... Ähm... Ja... Das und täglich Folgen rausbringen... Beziehungsweise... Ich habe ja früher teilweise drei... Folgen an einem Tag rausgehauen... Drei verschiedene Let's Plays... Das ist dann schon... Ziemlich... Ähm... Knackiger Zeitplan... Ich meine... Äh... Ja... Zocken... Let's Playen... Ist jetzt... Ähm... Keine Arbeit für mich... Echt nicht... Das ist Spaß... Und vor allem... Auch das Quatschen und so... Das ist genau meine Welt... Deswegen... Bin ich was ich bin... Aber... Ähm... Dann da halt... Den... Den Spagat zu finden... Ähm... Zwischen Familie... Schlaf... Und... Let's Playen... Ist, äh... Schwierig... Dann, ähm... Ist es jetzt gerade sehr heiß im Sommer... Dann, äh... Haben wir ja ein... Einen schönen kleinen Pool... Wo ich, äh... Dann auch gern mal mich abkühle und so... Also... Das gehört dann natürlich zur Familienzeit dazu... Aber... Ja... Also da gibt es dann auch noch Dinge... So... Dann, ähm... Der Ausbau... Der Studio Ausbau... Studio AK Kinderzimmer... Ähm... Wo ist der Hammer? Ich habe doch den hier irgendwo hingeschmissen... Da unten... Der, ähm... Ja... Läuft ja auch noch... Meistens samstags... Und... Ja... Muss auch noch irgendwo untergebracht werden... Denn wenn ich samstags, ähm... Studio Ausbau weitermache... Dann bin ich samstags nachts ziemlich fertig... Ziemlich im Eimer... Und da ist dann meistens nicht mehr arg viel mit aufnehmen... Weil ich dann einfach zu müde bin... Und, ähm... Ja... Qualität... Ist mir wichtig... Und... Ich finde... Folgen... Wenn ich sie durchskippe... Wo ich ab und zu, äh... Laut ins Mikro gähne... Oder irgendwie schon anfangen... Komisch in der Gegend rum zu laufen... Oder so... Nichts mehr zu sagen... Die maden mich sehr an... Die finde ich... Furchtbar... Aber... Ja... Ist halt nicht alles Gold, was man scheißt... So... Nach dem Motto... Aber ich versuche, dass... 99% von dem, was ich scheiß Gold ist... Also... Ja... So ungefähr kann man es ausdrücken... Deswegen will ich das Qualitätsniveau sehr hoch halten auf meinem Kanal... Deswegen... Und weil es halt auf YouTube genug... Dinge gibt, die qualitativ... Minderwertig sind... Unterste Schublade... Deswegen... Sehr viel mittlerweile... Sogar leider... Deswegen versuche ich meine Qualität so hoch wie möglich zu halten... Und deswegen nehme ich nicht auf... Wenn ich komplett im Eimer bin... Weil ich weiß, dass es dann eine... Eine müde Schlaffolge wird... Und das muss nicht sein... Aber wie gesagt... Samstags... Wenn ich dann... In meinem Ausbau... Am... Am Bauen war... Dann... Wenn ich meistens so kaputt... Dass ich dann merke... Ich kann nicht mehr aufnehmen... Und dann ist der Samstag... Die Samstagnacht quasi... Als Aufnahme... Zeit... Schon wieder passé... So... Dann Sonntag ist Familienzeit... Weitestgehend... Bis dann eben die Kinder irgendwann im Bett sind... Und dann konnte ich... Wenn ich Spätschicht hatte... Konnte ich dann Sonntagnacht aufnehmen... So ab... Weiß ich nicht... Wann geht meine Frau dann ins Bett? Meistens so... So elf... Zwölf rum... Und dann konnte ich halt immer bis nachts um drei noch aufnehmen... Beziehungsweise bis morgens um drei... Hoch der Korken... Ähm... Aber das fällt dann weg... Weil ich dann ja spätestens auch um zwölf im Bett sein muss... Das heißt... Irgendwie muss ich Sinn bekommen... Dass die... Pünktlich um elf im Bett ist... Dass ich wenigstens von elf bis um zwölf noch aufnehmen kann... Aber dafür dann ja jeden Tag... Jetzt ist es ja so... Nächste Woche habe ich zum Beispiel wieder Frühschicht... Da kann ich nicht aufnehmen... Jetzt nehme ich hier gerade in der Spätschicht auf... Und versuche am Wochenende so viel wie möglich rauszuholen... Also ich weiß noch nicht wie ich es genau hinbekomme dann... Beziehungsweise jetzt ja schon... Es ist ja jetzt schon... Ich bin ja jetzt laut eurer Zeitrechnung... Bin ich ja schon... Oha... Halbe Stunde Folge... Äh... Bin ich ja schon in der neuen Firma... Ja... Und jetzt habe ich ja noch Folgen... Also... Wie gesagt... Die Folge 90 kommt am 20... Am 2.9. Beziehungsweise kam am 2.9. Jetzt heute... Aufnahmedatum ist der... 18. Heute ist der 19. Der 19.8. Nacht... Also... Ich habe ein bisschen Vorlauf... Wie ihr merkt... Aber... Ja... Muss ich... Weil sonst wird das nichts... So... Genug gequatscht... Ähm... Ich würde sagen... Wir sehen uns morgen wieder... Wenn es wieder heißt... Time to play... Hier bei Heidonia... Bis dahin... Macht's mir gut... Und schlaft euch aus... Tschüss...